Hallo bei KSIA TV, hier bei Aber bitte mit ohne. Hallo Knacki. Hallo Mia. Und ich reiche direkt rüber. Schneebesen. Pfanne. Es gibt nämlich Pancakes und die macht Knacki. Zum Thema Zöliakie oder Glutenfrei oder Glutenunverträglichkeit. Da gibt es immer ein großes Problem, nämlich Frühstück. Man darf ja kein Weizen essen, also kein Brot essen, kein Croissants essen. Kein Müsli. Genau. Und ich komme aus dem Ami-Haushalt, also meine Frau ist Amerikanerin und da gibt es Pancakes. Und die machen wir heute. Du müsstest mir mal die Butter, also ein bisschen flüssig machen. Also habe ich die Pfanne schon wieder zurück. Dafür gebe ich dir eine große Schüssel. Wunderbar. Okay, also ich schmelze die Butter schon. Schickt er mich direkt weg? Also wir werden jetzt einen Flak für Pancakes machen. Die sind wirklich super lecker. Ist auch gar nicht kompliziert. Wir brauchen zwei Eier. Geht auch schnell. Ein bisschen aufmischen. Und die kommt da jetzt rein. Genau. So, und jetzt kommen die trockenen Zutaten dazu. Das sind vier Teelöffel Zucker. Mache ich einfach mal da weg. Drei Esslöffel. Halt, halt. Nicht vier Teelöffel. Das sind vier Esslöffel Zucker. Genau. Und drei von den kleinen Teelöffeln Backpulver. Ich brauche jetzt noch eine Prise Salz. Ehrlich gesagt zwei. Das ist aber nicht schön. Und jetzt kommt das Mehl. Und das Mehl ist unser Hauptthema. Also Weizenmehl ist es nicht. Dinkelmehl ist es auch nicht. Was kommt denn? Nein, das ist jetzt eine Mehlmischung. Ich hole mal die Packung her. Können Sie sich das angucken? Klar, ist viel Stärke drin. Maismehl ist oft drin. Gurkanmehl. Johannisbrotkernmehl ist drin. Und so sieht es aus. Gibt aber auch natürlich von anderen Produzenten. Wir machen ja keine Schleichwerbung. Und das Schöne ist. Was holst du denn aus deiner Schrift? Ja, ich habe einen Löffel. Man muss das nämlich gar nicht komplett rühren. Das ist ganz, ganz ein richtiger Preis. Und diese Klümpchen, das ist eigentlich das, warum es hinterher so ein bisschen fluffy wird. So ein bisschen dick wie die Amis, die Pancakes machen. Und auch so ein bisschen auf. Die gehen dann, ja klar, durch das, wahrscheinlich hier schon das Backpulver. Wir wollten das ja zum Frühstück. Also guck mal, ich habe da ein paar Sachen hingestellt. Zeig doch mal. Marmelade, perfekt. Was haben wir hier? Agavendicksaft. Das ist wie Ahornsirup. Bisschen wie Ahornsirup, ja. Und leckeren Schinken oder man nimmt Bacon, gebratenen Speck. Ist auf jeden Fall ein super Frühstück. Ich habe jetzt Hunger. Ich auch. Ja, okay. Wenn Sie es auch machen möchten, das Rezept, das finden Sie bei uns im Internet. Guten Abend. Tschüss. Jetzt aber. Mh, das ist auch nicht so süß. Das ist super.